Susanne, Strong Woman 2015 Engelberg. Herzliche Gratulation. Danke, danke. Wie war das Rennen heute? Hat viel Spaß gemacht. War hart, gleich die Schanze hoch. Also die Höhenmeter, die haben schon in sich. Was war das Härteste? Das Härteste? Eigentlich das Kriechchen unten drunter durch, die Knie. Wie fühlt sich das jetzt an? Strong Woman 2015 Engelberg. Was ist das für ein Gefühl? Super. Also es ist jetzt auch der zweite Sieg. Strong Man ran. Nürburgring war schon da und es kann nicht mehr besser werden.